Komm, komm Amen Chris, deine heutige Chris-Kann-Alles-Aufgabe ist Ignoriere bis zum Ende des Tages Deine Freundin Werde taub und stumm und ignoriere bis zum Ende des Tages Deine Freundin Chris darf nicht den Namen von Carina erwähnen Und darf nicht auf ihre Mimik und Gestik reagieren Chris hat die Aufgabe bestanden, sobald der Tag vorbei ist Wir sind hier Howl Ciao Wie war es? Wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier Was ist hier Wir sind hier Wir sind hier Tschüss! Hallo? Hallo? Hey, bitte bitte nicht mehr unsere schöne Musiker. Naja... Kann ich jetzt etwas sagen? Ja, ja, ja. Hallo? Hallo? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Jetzt schweißt du dich ein. Das war mir! Wo ist es? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was ist das denn? Ich wollte hier... Was ist los bei euch? Mann, stopp! Ah, das ist das Büro. Ich fände es mir gut. Ich bin der davon. Nein, nein... Sonst ist alles klar, oder? Ich habe jetzt auch nicht ganz nass. Er hätte gesagt, ich verstehe jetzt nicht so gar nichts. Ja, aber ich verstehe nicht. Ich mache mir das Gehen zu machen. Naja. Weil ich mich morgen habe. Ja, hatte. Die geht ins Büro. Nein, ich habe nicht deinen Namen gesagt. Aber ich hätte das schon wieder gesprochen. Du bist ein Lachen vor dem Hör. Du bist jetzt echt. Du bist so ein Lachen vor dem Hör. Ey, ich schwöre nicht, ey. Alle krassen Wörter wieder nicht bestanden. Du hast Schatz gesagt. Sie wusste eh Bescheid, aber... Warum wusste ich nicht? Weil ich sie eingeweiht habe. Also Karina, ich erzähle dir jetzt. Chris kann alles Aufgabe, okay? Er muss dich heute bis zum Ende des Tages komplett ignorieren. Mich? Ja, dich. Das klappt eh nicht. Deswegen. Also du bist jetzt eingeweiht. Nerv ihn einfach bis... Nerv ihn des Grauens einfach. Absolut. So wie immer. Weil wir dachten, dass ich dich halt eine Weile heraufeln muss. Weil... Das ist sehr langweilig. Ach... Ich will jetzt auch die ganze Zeit ziehen. Ja, ach... Als ob das jetzt zählt. Wahrscheinlich. Du musst dich auch normalerweise... Das machen. Und hierher kommen und mich die ganze Zeit einfach... Kiezeln oder so. Ja, wahrscheinlich wirst du mich die ganze Zeit einfach ignorieren. Ja. 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 Geh, putz einfach. Das ist wirklich gezinkt. Einfach langsam diese Scheiße hier. Oh, der ist so traurig. Oh. Hast du dir Mühe gegeben? Ja, ich hab echt... Das war gut. Wow, wieder eine geile Idee. Ich fand's schon witzig. Ich fand's auch witzig. Man heißt, wie soll man die ignorieren, das erzählen mir halt. Mein Mensch.